es gibt momentan schnell mit den runden also wieso somit in eine minute late so ja weil er die runde schon angefangen also ja eben die schmutzmaps die wir spielen aber gleichzeitig in kopf geschossen ja du hast auf jeden fall vorher geschossen ja das stimmt aber es sah so aus als würde meine kugel auch noch getroffen haben in der umfeld war ein team effort sagst du auf jeden fall perfekt gut dass niemand weiß dass wir zwei sind ja stimmt wie was sie die zeit zu finden animierte gates mit den artillery shots gesinkt hat genauso machen wir das auch mit unseren schüßchen vielleicht mit mit sagt er das ist eine gute frage spieler ja ich wollte ich wollte gerade sagen beim baum aber habe ich ihnen schon erschlossen einer sitzt auf dem sniper stein wenn ich das richtig mit der mosim der hat sich gerade komisch nach hinten umgedreht ist kein spieler ist kein spieler aber der ist tot das stimmt immerhin war der call hat gepasst ohne abwehrsaft geil aber wie stehst du so zu kokos kokos das sind mal gemein mag ich meine ich habe shampoo du so geschossen nein irgendwas ist irgendwo eingeschlagen ja so ein misseil ins schuss ist neben mir im baum eingeschlagen ja genau äh mein shampoo duschgel alles ist kokos äh bounty mag ich ähm ja ich kriege einen füllen wenn ich diese konsistenz von kokos an der zähne habe das ist wie wenn du styropor äh ich weiß was du meinst äh ja ne das geht aber trinken zum beispiel mag ich jetzt nicht äh ok ich mag halt kokos milch wenn du gar keine stückchen kommt aber ich mag keinen bounty weil da diese ich bin tot das war der das war gerade ein digga hauptsache ich kriege einen one shot von der mosin wie lange ist das nicht mehr passiert hauptsache er kriegt keinen one shot von der mosin wo ist der jetzt hin oder ah da ist er schön ah ja man ah ja man ah 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 Was ist heute denn der so? Was will denn der? Ist das denn schon ein scheiß Problem? Vorrag, es war aber 19. Also, easy. Easy. Ist ein bisschen voller hier, sorry. Was ist denn da wurzlos, Alter? Auf wurz ist die Hölle los aktuell, man. Da kannst du richtig Spaß haben. Kein Scheiß. Warte, ich krieg halt Mosin-Headshop. 7 TB1. Ja gut, das hat aber auch keiner angeschafft, war? Spastis. Was passiert, ne? Wo war er denn? Obendrauf? Ne, der war direkt vor dir. Ach man, Alter. Ich ahnte es. Oh, der Kollege hat Störmann getötet. Ja, dann loot er den nochmal. Töne kurz vor dir Gott. Töne kurz vor dirin. Ich habe dein Zeug noch nicht mal gesaved, ich musste hier gerade den Weltkrieg beenden. Oh ja, mach mal ganz in Ruhe. Tut dir was geiles. Und dann ist der Weg ja nicht weit. Gibst du gerne MPX mit dieser neuen Muni? Mit der neuen Muni, ja. Okay, ich bin mal gespannt, Alter. Tatsächlich sehr witzig. Geht die auch auf Range oder droppt die? Die droppt hart, ja. Die droppt hart. Also kann ich mir das Range so sparen? Das kann sie da sparen, ja. EK treffen oder gar nicht, okay, verstanden. Ist alles wieder gut oder was? Ja. Schmeiß mal kurz den Acid weg. Wo ist denn der? Scheiße Alter, wo ist denn der gestorben? Der ist doch hier irgendwo gestorben oder nicht? Da liegt er. Da liegt er. Ich habe nichts gesehen, Alter. Ich habe gar nichts gesehen. Ja, ich weiß. Da liegt... Ja, ja. Ich will erstmal Assets helfen. So, wie machen wir das jetzt? Schauen wir mal den einen Typ da vorne an. Den weiß gar nicht. Kann ich ihn jetzt überhaupt noch reinpacken? Wahrscheinlich nicht, oder? Da oben liegt auch noch mal eine Hunter. Wie Zeug, Alter. So viel Zeug. Ja, das reicht schon. Den Rest kann er wieder haben. Hm. Wir können uns da draußen nicht so lang aufhalten. So. Müssen wir jetzt schauen, dass wir hier gleich die Hunter reinbringen. Die nehme ich der Typ da oben noch auf dem Steinhand. Ja, Alter. Ich bin... Also... Kranke Schießerei, ja. Kann man auf jeden Fall eine Full-Raid-Episode draus machen. Oben drauf ist ein Velday. Vorne dran ist ein Blast-Mitigation-Device. Unten dran 50er M1A-Magazin. HKI-1-Stock. R... R... RSS, äh... M1A. Äh... Body von der M1A. Aber hauptsächlich wichtig ist das Landtag, äh... Blast-Mitigation-Device, denke ich. Das müssen wir auf jeden Fall anzeigen. Wo ist denn der Typ jetzt hin, Alter? Ihr habt den doch getroffen, oder nicht? Wo hat der aufgegeben? Hä? Hä? Ich hab den doch getötet, oder nicht? Ach, da liegt der ja. Eingefunden. Ah, ja, Mann! Schon gefunden! Level 13 macht... Auf der Gehose. Der hat auch nochmal 48 Schuss... 7,939? Wieso? Was ist los mit Menschen? Wieso haben die alle so viel Igolnik? Sie alle mit ihrem Igolnik flexen, äh. So, dann gehen wir Richtung Ausgang. Wie viel Rückstoß hat die? Die hat, äh... 47. Weil sie einen, äh... Fortis-Shift-Grip vorne dran hat. Die hat diesen Fortis-Shift-Grip dran. Für die meiste Ergo. Man könnte sie natürlich noch auf weniger recoil moden, aber... Bei einer M1A nicht so tragisch, tu bi-honest. Ekelhaft, Wurz. Digga, Wurz ist die absolute Lieblings-Map. Von mir zumindest. Oh, ne. Ich mein... Au, au... Der war ganz schön... Ich hoffe, der war schon vorher tot, Alter. Bei den Aufpraller... Bisschen arg schnell gebremst worden. Bisschen arg schnell gebremst worden, muss man ganz ehrlich sagen. Flachkörper macht Laune. Ist 30 Meter Höhe. Let's get... Ach, shit, man. Okay, why exactly bin ich jetzt nicht am Escapen? Jetzt. Ich hab Harakot, Leute. Yo, GG, bin draußen. Nice. Und hast du alles mit geregelt, oder was? Ich hab alles mitgenommen, ja. Nice. Dein Zeug ist safe.